Die beten auch irgendwas an. Oh, da sieht man den Kopf auch. Kommt, drop was! Nein, schade. Schade! Das stimmt mit dir noch nicht! Oh, was hat der für ein Tumor? Au, ab, Mann! Oh, da hilft man, da stimmt auch nichts. Wie geht der Hand geht? Der fotzt mich um den anderen wieder drauf, gell. Ich seh ja auch nichts mehr! Hallo! Wo bin ich? Hat der mich gefressen, aber... Schass, da komm ich mal, ich hau ab. Ah, ok. Oha! Wer lasst dich sowas einfallen? Welcher kranke Bastard lasst dich sowas einfallen? Wahnsinn! Scheiße! Wo waren das jetzt? Oh Gott. Ich kenn mir ja noch nicht so aus hier. Ah ja, genau. Okay. Jetzt weiß ich's wieder. Können wir direkt drunter springen hier? Dann direkt da rausgehen? Kommt der hinterher? Kommt der hinterher? Ja. Die abgehen, gell? Ja. Oh, er hat einen Halttag mehr. Vorhin hatte ich drei. Jetzt kann ich vier tragen. Wieso auch immer. Wirkt das am Level vielleicht? Ich bin mir ja ganz sicher. Femme mal ein bisschen draus. So, hier ist einfach vorbei laufen, oder soll ich denn... Na, ich lauf da einfach vorbei, der kann nicht mal. Das ist viel zu heftig. Da, was wir hier noch... Lass mich stehen! Lass mich! Steh, du nicht! Was war das jetzt? Ist man da gelootet? Keine Ahnung. Egal, ich geh jetzt den Treppen rot, weil ich glaub... Die Leiter runter, hier, komm runter! Da kommt oder? Ne, kommt noch. Da ist mir völlig wurscht. Der meint. Oh, oh. Hihihi, nicht getrunken. Hab's gesagt. Oh, der nächste Schütze! Ja, sag mal! Ich tu ein Riesenschwert, Freund. Ja, und da flippt er komplett aus. Wie kann man denn die Brandbombe... Standard bolzen. So, warte mal hier auf ausrüsten. Wie kann man denn die Pfeile... Okay, bolzen. Okay, verstehe. Eid. Ah, Brandbomben. Aha, und dann kann ich sie hier werfen. 14 Stück, da können wir mal ein bisschen Gaudi machen, würde ich sagen. Geht's da runter? Aha, hier gibt's was zum Looten. Schwarze Feuerbombe. Hier gibt's Latt und Bomben. Ah, auf den Dicken... Schau mal auf den Dicken, weil wir jetzt gleich mal was. Ne, vielleicht später. Erst schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Der hat ein weites Schild. Hau ab, Mann! Geht das mal da nach links. Aha. Schild hoch! Mensch. Hallo. Ja, schon. Ich habe das gesehen, wie die Leiche hier rausgekommen ist. Jäger angeriert. Oh, das muss man ja auch mal anschauen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ja. ui. Bo. ich hätte es getippt ist so nah es ist ja unter mir die tarnscharre dankeschön dafür ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als gegen den jetzt zu kämpfen keine furcht da hat er keine chance gehabt ritterhelme ich ziehe bestimmt kein ritterhelme oder so haben wir mal just for fun wikinger mit ritterhelme bitte 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 das geht doch nicht bin getarnt mit kein wiki immer bin es engländer aber mal dass man den mal vergleichen verdammt das ist aber schwerer ist ja klar kommt das sogar noch besser ich mag den zwar auch nicht so optisch gesehen jetzt aber kann ein zähler mit einem laufen das geht waa alter da bin ja und mein höchsten ist ein bisschen feucht geworden springt ihr mich einfach an hab ich mich erschrocken hab ich mich gerade erschrocken das glaubt man kann ich bin voll zusammen gezuckt damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet voll vertieft im spiel und dann sowas das können die doch nicht machen ach komm da laufen wir jetzt trotzdem durch wir wollen jetzt nicht jedes mal die leute jetzt hier töten da kommt der gleiche hoch kriegt er erstmal in 1 auf die gosche komm ich runter oder das stimmt ja wortwörtlich oh ich dachte ich stirb gleich ich fliege irgendwann und stirb aber man kann hier runter springen ist ja easy peasy hier gab es doch gar nichts von mir jetzt eigentlich überhaupt ach komm ist wohl ich darüber ein paar seelen hier ist doch sackgasse ne da kann man da hochkommen da ist so viel spaß gemacht da probieren wir mal die plantbombe jetzt auch nicht mehr mit speer weiss ich hab voll gegen die wand komm wir hauen runter ach das war jetzt nicht so geplant wird ein halter annehmen ob ihr abzuckt totes zucken da hinten muss ich das jetzt schon mal hin zum glück was ist denn eigentlich mit dir was fühlst du du zipfe klatschen flagschirm dreck hast davon schlagen uns zum weg um erst mal davor schon und da links oder rechts links oder rechts links wenn das was diesmal nicht diesmal lasse ich bin jetzt so und trotzdem möchte ich so schön zurück gesprungen bin ich finde das schlechte da sind ja doofen sind also sehr schlanker breitschwert kann man ein breitschwert benutzen als wikinger auch nicht mit den aktuellen attributen nicht effektiv genutzt werden also man kann es benutzen aber es ist nicht es ist in effektiv wie es scheint wie es scheint wo geht es hier weiter wo ha da muss man erst mal kurz nach oben und dann noch rechts schauen was da noch los ist nicht dass sie hier irgendwas verpasst das fände ich doof ach da sind wir einfach nur hier oben auf dem balkon aha da hinten leuchtet es schön grüne blüte grüne blüte die haben damals schon gekifft das ist ein fenster sein und das ist ein fenster da schon mal erst mal nach rechts hier irgendwas schönes sonst es ist ja 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 ein da rückt auch was und der kopf schmerzen schmerzen schleichen uns an funktioniert witziger weise nicht immer dieser komische rücken hieb aha silber adler lang spitzschild passt auch eher weniger zum wikinger würde ich sagen aber könnten wir könnten es theoretisch sogar benutzen das ist schwer nach fünf statt 3,5 ob lockt natürlich auch mehr ab magiefeuer ist nicht so toll ich bleibe bei meinem rundschild das ist in ordnung das passt schon wir sind jetzt wahrscheinlich darunter da ist ein hund da ist ein hund hmm 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 Vielen Dank.